Hallo meine lieben Zuschauer, hier ist die liebe Tante Baba Yaga. Ich begrüße euch zu unserem Motto, ach wie gut, dass du nicht weißt, wie dies ja unser Motto heißt. Mit den Märchen der Gebrüder Krim werde ich euch etwas überraschen. Wenn ihr genau wissen wollt, was das damit zu tun hat, seht selbst. Guckt euch da hier mal die dicke Frau Holle an. Also ihr Lieben, einen schönen guten Abend. Man hat mich heute Abend hier eingeladen, ich bin die Quotendicke. Hänsel und Gretül, kennt ihr? Sehen wie die zittern? Du Gretül, hast du korrekte Planen, wo wir sind? Ich hab nämlich kein Netz mehr. Ist das schon EU-Ausengrenze? Oh, scheiße. Denn nach ein paar Gläschen Kinderwunsch erfüllt sich jeder Hexenwunsch. Egal was sie dann gerne hätt, ich finde einfach eine Kindwunsch hätte sie. Oh, schaut das Rotkäppchen gelangweilt aus. Der Wolf bringt's wahrscheinlich nicht recht auf die Reihe. Hoch das Rögel, rein das Steckl. Putz den Spiegel, sieh doch mal wie schmutzig der noch ist. Hallo. Hallo. Hatschi! 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 Wer hat denn deine Bremsen? Hatschi! 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 Hey, Leute! Rücks, gehen wir ein Druckbier holen? Und lass dein Haar hier runter. Unten steht der kleine Gunther. Dornröschen war ein schönes Kind. Aber schau's euch doch mal genauer an. Hallo Prinzessin, ich bin's, dein holter Prinz. Ich bin gekommen, um dich zu wecken und zu retten. Wie spät ist es denn? Na ja, wir schreiben das Jahr nicht, ne? Doch, in welches Jahr wir haben, wie spät ist es? Viertel vor. Auch noch ein Wesschen. Vor Schneewitzen, wo sind deine Zwerge geblieben? Dafür hast du ein goldenes Schwein in der Hand. Hallo erst mal. Schneewitzen, wo bist du mein, du klärtst an meinem goldenen Schwein. Und das für immer, Nico. Und? Haben wir euch Neugierig gemacht? Dann könnt ihr uns nochmal besuchen am 4. und 5. März. Hier im Gasthof am Chemnitz-Barendorf-Chemnitz. Also bis bald. Eure Barbara Jager. Meine Blümchen haben Durst. Habe es gleich gesehen. Eure Barbara Jager. Eure Barbara Jagerry. Eure Barbara Jagerry Graолот Eure Barbara Jagerry